okay weiter die ganze song gelegt oder es soll gleich profisierten auf dem alex absicht das sind keine absicht zu wie viel passt wenn ihr heute schaffen egal denkt an töner dann schaffst du das die wäckigen keine frau ich heiße mit nach dem dünner was sie eine frau als frau um siegfried einfach so nur weil ich meine sie sie sind jedoch die meisten von der körper machen wir müssen dann sehr stolz auf den suchen sein wer dünnermeister das ist einfach immer noch kein safe point du kommst nicht vorbei kommt das safe point jetzt endlich du musst es nicht haben alle bei dir und ich wollte er ist man sprung warum ist die münze nein das ist das ging nicht muss schon höher springen was sie gesehen zu den passenden motors nein für so egal kommt dann noch mal jetzt weiß ich was du meinst war da gibt es ja sowieso noch ein pilz oder irgendwas anderes ich habe ich vielleicht das konnte man mit stampft attacke machen oder nicht doch guck das an ja konnte immer was machst du denn jetzt okay ich hab die fahne das reicht schon der tod wäre echt unnötig die fahne wohnt ja das war schön aber danach die ganze kacke andere die andere kacke war unnötig also ich weiß jetzt wie man da hochkommt das das ich bin der baum ich bin zu sein denn die so sie hat das die aber das sind ja so was ich nicht das ist echt froh sein ich wollte das ist ja nicht so wohl sterbe als Riese größte Schande die Schone Gitterst der Berliner Sonnabend ist ja eigentlich ich kann auch ich könnte doch ganz schnell das sind sie ist groß einfach zu schnell die fresse man muss man muss ein bisschen so kopenhauer auf der letzten wir sind die bisschen richtig schwer ist richtig kurzes level hier okay es geht weiter verdammt die vierte welt freizuschalten die kann man wenn man der zweiten welt als mini gegen kämpft ich weiß nicht wie man auf die idee kommen soll aber man muss als mini gegen kämpfen und gewinnen nein jetzt noch nicht jetzt noch nicht wartet okay es geht weiter hat wirklich fünf wichser Nein! Das ist so schwerstbar bei dir. Komm wieder hoch. Was ist das denn? Jetzt! 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 Du kannst dich schon mal vorbereiten. Das sah echt aus, ob ich gegen den Stachel komme. Warte, warte, einfach mal. Ich hoffe. Nein! Nein, 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 jetzt, wenn das rauskommt. Wenn das rauskommt. Das will ich jetzt sehen, wie ich als Mini hier weiterkommen soll. Gute seine Verarsche. Gute seine Verarsche. Guck da unten. Guck da unten. Da hingeguckt jetzt, oder? Das ist das! Das ist das! Dann fehlen eine Waldwelt. Die gab es auch bei Rui. Jetzt nimm den Bosch. Mit Wiggler. Die sind die vierte Welt vollgeschaltet. Ja, und du musst ganz angestellt. Okay, hier. Nein, das ist... Dieses rosa Wasser ist wieder da. Ah, Mini! Nix Mini! Ich kann nicht als Mini durch. Das war schon schwer genug. Ich war schon... Ich bin ja für euch, ja! Shinne! Ich bin getötet! Ich bin getötet. Ich bin getötet! 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 Ich glaube, man kann auf den Körper. Ach so. und kumpel mein erzfeind das heißt so dass ich mein erzfeind ja ich kann mich auf die idee wir haben darauf gespeichert also das wurde ausgespeichert in die vierte welt gekommen sind wartet er hat besser hier umgekämpft er wird in großer wasser sterben ja er wird im rosa wasser sterben du hast doch wirklich die fehler fehler er feiert ist mein voller und wird besiegt man hier muss jetzt die fahne kommen das ist ein Kuss auf die Reine komisches so schädig auch noch vor der Loppe Taucherbrille und auf 3 die Hütte so sie erschienen dann muss auf der Kopf es ist so simpel los ok soll die vierte welt ist das kann man verstehen da wollen wenn es so simpel ist ja ich glaube so kommt es ist lang fast sein bruder leider beobachtet jetzt das ist simpel habe ich gesagt du darfst nicht lange auf einer platte bleiben das merkst du ja was ich bin jetzt mal dahin hol einfach die münze das war zu knapp sag ich doch um was in erzfeinde einfach das ist nicht so und war so ein paar okay wie viel Platz haben jetzt insgesamt ein paar und bei einer insgesamt bisher obernein und so ein bisschen was obernein tausend und ein paar wo die um vorliegen und dringend ja so gut so heißt dass die ich verstehe das wasser Kummer die Blumen für die ganzen Bäume sind rosa grün und das Wasser ist dreckig man kann darin sterben große Logik die waren Giftpflanzen die ist richtig gelöst das waren 20 Piteraden das war ein Italiener Italiener ebita 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 ja Luigi verlegst du dich mit Familie er kennt die Werbung? ja das war... wer war das genau? die war so lustig ach so die war so lustig ja lach mich nicht aus du bist davor schon gestorben ja game over das ist erstmal ja weiter weiter game over nein spiel vorbei du hast nie gespielt nein das ist echt so nicht doch mal dasselbe Level ich habe eine Idee wir haben doch nicht safe gestate ok genau unser game over hat musste die erst weggemacht und hat noch zwei Münzen bekommen ey dann wir habt ihr so viel Level geschaffen also dank dir dann unsere Skills dann waren wir uns Geld ja 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 ich will nicht ihr könnt guckt ja du wirst sowieso nicht gucken du liebselig ja ich will nicht gucken aber ich weiß doch wie wir schon haben es ist nie die bestätigen Videos weil ich nie gucken will ich habe jemanden sehr gut aber der will er antwortet ihr nicht natürlich er macht mich doch ich kenne so länger ja weil ich bin hast du den kennengelernt er war wie trotzdem weißt du das weil er bei facebook-freundschaftsaufrag geschickt hä was denkst du er mag dich jetzt bei der facebook-freundschaftsaufrag geschickt hat hm 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 ich dachte jetzt wie du ja die kommt die komplizierte weise wir denken nie um die ecke wie muss die hä nein ich hatte die eine möglichkeit jetzt nie und die andere wollen kommen kommen erst zuerst und die andere ist praktischer ja ich meine die erste in die die kamen war das mit dem Pilz das sich bewegt achso ja 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 das ist ja 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 sie ja schwer die dritte mit vergessen man speicher mal gleich also ein versuch speichern und ich einfach hoch und tut mir was ja kannst machen wir hätten jetzt 37 wir hätten jetzt mit 32 egal ich bin ich verknallte aber das kommentar dazu wo ich hab so vieles sagt man ich war so glaube ich war so gut was ich nicht mal gut ich wollte es 3.4 ja jürgen da ist es nicht mehr dass ich werde gibt es hier eigentlich insgesamt aus dem blauen Panzerwürf dann gibt es auch die erste der auf dem ersten Platz ist ich glaube ich glaube es gibt es auf dem ersten Platz Nein. Mario Kart. Achso. Ich dachte jetzt gerade was meinte. Ich auch. Ich habe aber okay gesagt. Ich wollte nicht dumm darüber. Ich dachte, du hast auch verstanden. Geh weg, ey. Das ist mir aber peinlich. Hier. Du Scheiße. Mein Freund. Okay, warte. Ich habe mal die Trailer gesehen. Vom Gesicht her. Das passt gar nicht. Und was gibt's denn überhaupt da? Ja, da ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen, die wegen Hexen. Wegen Hexerei. Beschuldigt wird. Leighton ist auf der anderen Seite. Und er auch. Und beide versuchen die Wahrheit zu raus zu zurück bekommen. Ja, beides spielt man. Nein, gleichzeitig. Auch die tun sich zusammen. Ja, so teilweise. Okay. Wie ich schon gesagt, Maschinengewehr. Ja, oder Besuch. Ja, das ist nur extremer. Ja. Aber das ist für 3DS. Das ist die Kabel. Das ist auch. Ich bin bezüglich. Es ist ein Thema. Es ist das Bild des 4DS. Das ist Kabel. Das妙 genommen. Auch das ist das Kimmel. Ich weiß, wie es spielt auch. Da. 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 Das ist nicht. nicht für 3ds gewesen also ich glaube ich habe schon über 3ds im spieler runtergeladen die amal der beschreibung ich weiß aber es gibt schon spieler also muss es irgendwie auch bald die machen die menschen so hoch ist auch nicht einfach das spieler auf einem rauf machen hier rein stellen aber die emulator zu machen das ist was kompliziertes ich muss mal warten gleich kommt ja irgendwann ich guck mal so ein paar monaten und dann habe ich sowieso genügend spieler wenn man das wenn man den augen das augen richtig aufmachen kann dass die wimpern noch irgendwie nerven ja ich habe ich euch aus extrem ich habe ich bin so ausgehen was ja aber es ist dahin wenn das so klein wenn das so kleinkt der kleinen kinder seiner kinder angst oder nicht ich habe sich der absehnung denken diese genutzt mama mama ein bisschen mich fressen werden was wir machen okay muss schnell das ist keine will alex darf es nicht schütteln Kassel schütteln wo die Vibration wird gleich einstellt jetzt wie wir sie haben in den Essen in den Essen reinkommen die sind auch alt wie zu spät du hast zu können es gab da sind die anderen mal auch und so und so hoch der wen war aber trotzdem gescheuert wo sie dritte nirgendwo ist die dritte nirgendwo ja soll ich bin soll ja diese welt komplett heute macht also machen bevor du gehst also wenn jetzt ob der korrekte bus 18 und ich weiß jetzt nicht wenn wir sagen das machen das weiß ich nicht so genau ja er ist ja manchmal komm mal warum ein kummer hier ist noch ein block hier noch ein level so wasser schritt jetzt einfach so rum stimmte die röcherschläge wie kommen wir zu diesem pilzhaus bestimmt lasst es einfach mal die werte gibt es hier 1 das hier ist was anderes das hier ist auch was bestimmt was anderes also zwei stück noch was mit dem riesen so aber immer noch diese welt hier komplett dann kann man muss die in hause als dieses level oder wenn die ganze welt wenn du kannst du das können auch das ist ich 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 man hat also er war noch nicht gegessen die geht es einkaufen jetzt er vorliegen die wir müssen nach links und kann man ein paar noch wenig schweren der münze okay wir sehen ob das erste ist die zweite die erste sie ist weiter aus nicht ja der Pils kommt leicht durch er wird nicht so abgestochen schließlich ging alles was man konnte es nicht weil ich das ging nicht ganz das ist ja dahin gehen würde ich ja weniger ich kann gleich nächste woche und beginn mario die ganzen münzen zu sammeln weil ich so jetzt muss hier und nächste woche zeit müssen zu sammeln jeder welt wir haben eigentlich schon fast alle nur manchmal für eine münze jetzt stirbst für mich ich hasse diese Fresse von ihnen das ist ja derzeit wird es aber es ist ganz klar schon das hat man gemacht er macht auch bis er angreifen es ist ja auch nicht an der Eichmann übernommen es wird auch immer so was der Schlauers Panzer, so, aber ich bin, bei dem heißt, der Schlau, der Schlau gewohnt, die Lärmste gewohnt. Was ist denn so, dass ich hab's? Oh, da muss man ja, stimmt. Ich will's eigentlich holen, wenn ich du wählst, was du, die Mütze, die Mütze, die Mütze. Die Mütze, die Mütze, die Mütze. Was ist denn so? Nein, mit dem Mütze, die Mütze, die Mütze. Ist doch so voll Blumen. Ja, guck mal, wenn er das macht. Und ihn zurückwerfen, damit er so nimmt. Ich hasse mich dafür, dass ich so dumm bin. Ja, mach mal, stopp. Woh? Wir haben ein Leben und sie sind. Haben die gespeichert? Wir haben die gespeichert. Äh, stopp. Ah, komm, du. Wir haben's beschissen. Beschissen. Ich weiß, es ist ein Kammel. So, weg mit dir. Ich dachte, er zieht nicht mehr ab, oder? Nein, nein. Jetzt macht es immer, ne? Ja. Und er startet. Und jetzt sieht doch, entweder, schaue ich sie auch mehr ab, oder? Nein, wegen, ähm, allgemein der Gegner. Ja, auch. Weil immer so was beim Sprengen und so. Und so. Und wieso? Wieso? Hast du das jetzt aufhören? Nein, wieso nicht? Also, wie lange, wie viele hast du noch? Ja, noch. Und 15 Minuten bis er kommt. Ja, okay. Aber wann muss er los? Äh, 10 Minuten. Also in 10 Minuten sollte ich dann schon von der Tür draußen sein, und so. Ja, von der Nächsten. Was soll dann aufhören? Na, eine, wir gucken, eine, eine. Okay, eine Fehler. Eine Fehler. Ganz links und links. Da war Pilz. Könnt ihr was bekommen? Gleich. Coenal ist mein Erzfreund. Wir teilen. Stimme. Stimme. Möflich. Was? Wege Ruhe. So, die wir. Geh mir gespeichert. Ja, haben wir. Äh, wo? Nein, wer ist nochmal? Wikli, ne? Wikli. 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 Wikli, wikli. 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 Feu, 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 Feu. Feu, 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 Feu. Feu, 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 Feu. die ich bin noch nicht hier die 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 speichern der ganz 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 gespeichert 35 dreißig münze das ist so toll was sie gut kommt wieder mit feuertüren ja ja aber vielleicht ganz einfach mal kurzzeitig das was sie gesagt haben es war richtig naja speichern damit so dass start was option zurück geht nicht man kann erst ja man muss jetzt mal so ein boss gegen sie nachdem man nachdem man gestorben ist kann er aufhören dann aufzunehmen die schlafen die das mit dem man gewohnt ja zuletzt gespeichert hat ja ich weiß dass sie nachdem die game over nein was denn wir haben davon gespeichert doch sag ich doch was ja weil du bist erinnert bekommen du bist ein bus bekommen sie mir mal er wird das so gut ich werde um so ein bisschen ich gehe zurück und sie ist wie sagen nichts dazu was ich sagte zudem Prozent und die Wotemann die Blume jetzt schon mal drauf die Musilösung und jetzt aber machen die Stimmtschimpfstel Duell ich verstehe ich kann wenn ich immer darauf geht nicht darüber nachdenken konnte man erst kommen stellen das wollte sich jeder 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 der bei den netzwerken dazu angeguckt hat jeder seine moment gelacht haben wir da sein mitleid mit mir das ist klar hat man gesehen zwei minuten lang zwei minuten lang gelacht ich hab's nicht mehr das bei kinder ganz mit den kuppertöten und nicht die ich glaube ich glaube ich bin ich berechnet man sich berechnet die musik ist also ich kann keine berichtung ja ja für einen kurzen moment war das so hier ne leider oben was soll ich nutzen ich weiß gar nicht warum es langsam geworden ist das auch nicht so schlimm aber blumen nach oben okay das ist ja so ein fehler wenn das wirklich so werden gab es da bei eislevel hat man da eine gesunde haben wir aber sie dritte die zweite glaube die zweite wir wollen sowieso die ganzen münzen noch irgendwann mal was noch eine blume ja ich merkte es ist wieder normal egal egal ich kann so angst wenn diese wegel da ja genau da Geisterwelt zum Glück. Wir sehen uns im nächsten Part.